eine person der eine schlechte phase gerade erlebt was sollte man ihnen empfehlen ihn sollte man empfehlen dass er aufstehen sollte und wie ein mann sich in eine bessere lage beginnt denn die probleme kommen immer und jeder seite aber wie kriegen wir die probleme los indem wir sie anpacken und auf allah so kriegen wir die probleme los aber dass man sitzt und sagt so wird man sie nicht los